Hallo liebe Modellbannerinnen und Modellbanner, hier ist der Daniel von Spur N Teile und auch wenn ich vor ein paar Jahren sehr über die Spielwarenmesse geschimpft habe, sind wir jetzt heute hier und werden mit euch über ein paar Neuheiten sprechen, mit ein paar Herstellern sprechen und vielleicht kriegen wir auch ein paar andere interessantere Informationen als nur dieses stupide runterrassende Neuheitenkatalog. Von daher, ihr seht, sind sehr viele Menschen schon unterwegs, da stürzen wir uns jetzt ins Getümmel. So, wir sind jetzt hier in der Eisenbahnhalle und es ist ein bisschen leerer als sonst, also wie ihr seht, hier sind ganz viele rote Sofas, aber da hinten, da geht es ja Gott sei Dank ein bisschen weiter und da schauen wir jetzt dann auch gleich hin. Achso, und Märklin ist auch doof. Die wollen uns nämlich auch nicht beliefern. Aber die haben ja ohnehin, hat uns gerade der Herr noch erzählt, dass die hier überhaupt kein Verkaufspersonal haben, sondern dass das rein für technische Informationen ist, beziehungsweise wahrscheinlich für die Open Days, was natürlich für euch als Endverbraucher ganz interessant ist, aber für mich als Händler, okay, sie beliefern mich ja eh nicht. Von daher ist es uninteressant, wie es uninteressant ist. Ach, ist egal. Komm Kerstin, wir gehen weiter. Ja, wir schauen mal, ob der Big Boy schon fährt, weil ich habe nämlich schon gesehen, dass der Big Boy schon auf der Anlage mal hier gefahren ist. Nee, aber kein Big Boy da. Aber wir haben ja später ein Gespräch mit Kato und vielleicht zeigen sie uns da den Big Boy dann. So, wir gehen jetzt zu Lemke. Mal gucken, ob die dieses Jahr pünktlich sind, weil die letzten Jahre, da haben die immer, haben wir Termine vereinbart und dann haben die immer gesagt, ja, kommen Sie eine Stunde noch mal, hier kommen Sie in einer Stunde noch mal. Oh, sehe ich es jetzt. Oh, oh, oh. Kann ich gleich fragen, ob ich das gleich mitnehmen darf? Ja, hier, das ist im Hintergrund des Benno. Hier kann ich uns sagen, nochmal. Hallo. Nein, was du gerade gesagt hast, du kannst du gleich fragen, ob die mitnehmen darfst. Ach so, ja, die geht mal auf Benno. Railjet. Wollen wir es auf mich? Weil wir nicht so... Das braucht es extra. Flittchen. Hier sehen Sie den wunderschönen Railjet, den wir alle schon seit... Ewigkeiten warten. Und da unten seht ihr jetzt die Gleiskraftwagen Robel, außer die SOB-Variante. Da haben wir nämlich die Restbestände abgekauft. Das ist unter anderem ein Messeangebot für Lemke, nein, umgekehrt von Lemke für uns, das ihr eben zur Spielwarenmesse bei uns erhaltet. Deswegen steht ihr hier nicht mehr, weil wir die letzten haben. Ha, ha. Und, wie ich gesagt habe, es wurde verschoben. Aber dafür haben wir schon ein Messemodell bekommen. Und da machen wir jetzt ein Live-Unboxing, also das ist live, das ist ja eine Aufzeichnung, ne? So, und zwar ist es ein hübscher kleiner VW-T2. Tja, und da steht drauf, echt in den Berger-Lebkuchen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das hingeschickt. Na gut, wir blenden euch ein Foto davon dann einfach ein. Aber, jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit, aber jetzt, weiß ich gar nicht, wie spät ist es denn eigentlich? Na, alle gucken auf ihre Ohren? 11 Uhr 6, ja, dann, wir können ja mal versuchen, Sebastian auf den Sack zu gehen, weil ich sehe ihn nämlich schon. Aber ich weiß halt nicht, ob er jetzt schon Zeit hat, ansonsten gehen wir halt jetzt woanders hin, wenn uns keiner haben will. Bis gleich. Wir sind jetzt bei noch, auch wenn man das nicht sieht, da hier Kato ist, aber noch hat er den Vertrieb von Kato in Deutschland. Zum Teil. Und dafür zuständig ist die Ina, die kennt ihr vielleicht aus den Newslettern, also die macht auch immer diese Pressemitteilungen auf Kato Unitrack. Genau. Und die wird uns jetzt erzählen, was wir denn Neues zu erwarten haben, wobei wir haben ja nicht wirklich was Neues, wir haben ja Reruns dieses Jahr. Also unsere Neuheiten sind dieses Jahr nur Reruns. Der Glacier on Tour wird neu auferlegt, der kommt jetzt dann im Mai wahrscheinlich in der Startpackung als Lok und die Wagen kommen dazu. Und die Neuheiten, die dann im Mai oder im Sommer verfügbar sein werden, wird der Allegra sein, die Bernina Expresswagen, dreiteilig und vierteilig, sowie der offene Aussichtswagen. Ja, und der offene Aussichtswagen, der war ja fast weg. Da haben wir ganz, ganz viele vorbestellt. Und ich hoffe, das funktioniert dann auch nicht so wie bei der C11, gell, Ina? Ja. Aber so generell, wieso, also wenn du diese Frage beantworten möchtest, wieso dauert es denn eigentlich so lange, zum Verständnis für die Leute, die es jetzt sehen, bis so eine Neuheit tatsächlich bei uns ist? Weil da hängt ja noch viel dran, das weiß ich, das weißt du, aber vielleicht kannst du das als Importeursseite kurz überreißen, ohne jetzt interner Preis zu geben. Also erstmal dauert natürlich unsere Lieferung per Seefracht circa zwei Monate, bis es dann überhaupt bei uns ist. Und wir müssen leider noch jedes einzelne Produkt von Hand mit unserem ERN-Kleber überkleben. Und das wird entweder direkt bei uns im Haus oder in der Heimarbeit gemacht. Und das braucht natürlich alles seine Zeit, wenn man jedes Produkt in die Hand nehmen muss und den Kleber drauf machen muss. Und ein Thema noch, das können wir auch rausschneiden, wenn dir das zu blöd wird. Weil oft in den Foren zu lesen ist, dass noch ja so wahnsinnig viel Geld auf die Produkte drauf schlägt. Weil wenn ich als Privateinkäufer mir das importiere aus Japan, dann ist es ja so viel günstiger. Aber da ist natürlich bei euch ganz klar noch dahinter, die ganzen Importgeschichten sind als Geschäftsmensch nie so leicht, wie wenn ihr euch privat ein Päckchen bestellt. Und ihr bezahlt ja auch zum Beispiel WEE-Abgabe. Richtig. Und zwar nicht nur auf elektronische Geschichten, sondern... Papier, Kunststoff, alles was in so einer Produktverpackung enthalten ist, dafür müssen wir Entsorgungsgebühren bezahlen. Genau, also nicht nur diese Entsorgungsgebühren, sondern auch alles was elektronische Bauteile eben hat. Und das ist tatsächlich inzwischen so weit, früher war das nur wo ihr festverbaute Elemente hatte und jetzt alles wo Strom fließt. Also ein Gleis, in dem eigentlich kein Strom verbaut ist, gilt trotzdem als Elektroschrott bei uns. So, also nur um eine kleine Ehrrettung zu betreiben, dass es jetzt nicht ist, weil noch sich dumm und dämlich dran verdient, oder wir uns dumm und dämlich dran verdienen, das habe ich ja schon öfter erwähnt. Mit der Modellbahn wird man jetzt kein Multimillionär. Aber zum Verständnis schaffen, weil das möchte ich ja immer ganz gerne, dass ihr ein bisschen mehr Einblicke auch kriegt. Nicht nur das sinnlose Marketing, bla bla. Und da war die Ina jetzt. Ist ja zwar meistens nur bestätigend Genick zu dem, was ich gesagt habe, aber eigentlich ganz hilfreich. Genau, und der Aussichtswagen, sonst haben wir leider tatsächlich keine wirklich Neuheit. Beziehungsweise wir haben später noch einen Termin ja mit Cato an sich, wo es dann auch um die internationaleren Varianten gerät. Und da sehen wir dann hoffentlich auch den Big Boy. Genau. Und jetzt gehen wir aber nochmal zurück zu Noch, weil der Sebastian wollte uns eigentlich noch über den Stand führen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das überhaupt noch weiß. Wir sind bei Noch mit dem Sebastian Top, den kennt ihr schon aus den anderen Reels. Und das macht immer ganz viel Spaß und er hat schon was Intus. Nein, aber nachher haben wir was Intus. Wir sprechen über die N-Neuheiten und zwar interessiert mich da besonders das, wo die ganzen Leute gerade davor stehen. Und zwar die 3D-gedruckten Figuren. Ja. Weil das haben wir jetzt auch schon vorher angeschaut. Das sieht ja richtig gut aus. Das ist doch nicht so überraschend, wenn ihr bei Firma noch seid, dass es gut aussieht. Das wollte ich auch gar nicht damit ausdrücken, aber 3D-Druck an sich. Ja, absolut. Wir können wir gerade mal rüber schauen. Oder beziehungsweise wir machen das anders. Wir holen es her. Ich kann es holen. Also, naja, jetzt können wir rüber gehen. Wir können rüber gehen, genau. Ich komme gerade mal hier mit rüber, genau. Wir haben hier eben diese angesprochenen 3D-gedruckten Figuren. Und die Figuren werden tatsächlich in Farbe gedruckt. Also die kommen, glaube ich, aus dem Drucker raus. Und damit hast du natürlich die Möglichkeit, das sieht man hier ganz gut an, diesen kleinen Set mit den Badenden, Dinge eben zu drucken, die du in der Handbemalung sehr schlecht hinbekommen würdest. Weil es einfach zu detailreich ist. Die Badehose. Die Badehose. Die Badehose im Schritt. Textil-Mikro-Faser. Textil-Mikro-Faser. Aber du hast eben hier die Möglichkeit, sehr, sehr detailliert, sehr fein, sehr schön was zu machen. Das ist auch in Zet ja ganz toll. Also selbst in Zet ist das hervorragend. Absolut. Bin ich wirklich begeistert. Die Sets kommen wann ungefähr? Ja, die Sets werden kommen im Herbst diesen Jahres. Ja, das nehmen wir jetzt einfach mal so. Genau, das nehmen wir so mit. Nee, die kommen im Herbst diesen Jahres auf jeden Fall. Dann werden dann ausgelebt. Ich gucke jetzt nach. Dann guck halt nach. Ist jetzt ein bisschen peinlich, voll erwischt hier mal. Aber ich gucke jetzt nach. Hat er doch was intus? Nein, hat er nicht. Aber er hat auch nicht gelernt. Das ist hier so ein bisschen... Warte mal. Die Figuren sind doch immer vorne. Wenigstens einer kennt sich aus. Wenn ich es schon nicht bin, dann doch wenigstens du. Die kommen im Juni. Im Juni, das ist ja quasi Herbst. Die kommen im Frühherbst 2023 quasi im Juni. Sehr schön. Das war uns im Allgäu oder bei euch ja auch. Es ist immer ein bisschen kälter so im... Ja, ja, ja. Spätgrühling, Früh, Früh, Herbst und Juni. Und da kann man dann auch Eisenbahn basteln gehen, wenn es draußen wo. Genau, also man kann ja immer Eisenbahn basteln gehen. Und im Juni ist es besonders gut. Warum auch immer. Warum auch immer. Genau, das fand ich super interessant. Ihr habt leider in N dieses Jahr ja keine Händlergeschichte. Mit der Saison-Promotion? Ja, genau das habe ich gesucht. Die Saison-Promotion. Die haben wir dieses Jahr regelmäßig nur in Spur H0. Ja. Da sind besonders die Spur H0-Figuren XL-Sets. Genau, die habe ich auch gesehen. Aber das ist uns ja... Genau, die sind leider nicht für Spur N geeignet. Wir haben dieses Jahr aber eben mit diesen 3D-gedruckten Figuren schon das Highlight, dass wir hier was haben, was erst in N kommt und im H0 eben noch nicht verfügbar ist. Ja, und die sind auch wirklich der Hammer. Also wie gesagt, wir haben euch ja Fotos gemacht, die blenden wir doch nach ein. Super. Die haben mich richtig begeistert. Dann haben wir hier noch so kleine Mäuerchen. Das ist wieder euer Hartschaum, nehme ich mal an. Nein. Achso, ich wollte es nicht anfassen. So, jetzt endlich habe ich mal mehr Ahnung als du. Fass ruhig an. Und zwar merkt man es auch beim Anfassen, es ist Kunststoff. Also die werden in einem Spritzgussverfahren hergestellt und danach handbemalt. Das machen wir in Vietnam bei unserer Produktionsfirma. Sehr, sehr schön. Dieses Jahr ist auch die Quinn mit bei uns auf dem Stand. Das ist unsere Geschäftsführerin. Ja, die habe ich schon gesehen. Ich weiß gar nicht, wo die genau rumsaust. Das hat wahrscheinlich zu tun, sonst hätte man die auch mal kurz vor die Kamera schleifen können. Hallo, grüß dich. Entschuldigung. Schleckt einmal nebenan. Und noch freundlich gegrüßt worden. Sehr schön. Kanadier. Genau. Und die ist eben auch dieses Jahr mal mit auf der Messe. Die ist normalerweise eben unten in Vietnam, kündigt sich um die Produktion und darum das eben alles sehr gut funktioniert. Die kennt man ja auch aus ein paar Videos von euch. Genau, die war auch schon mit dabei und die ist eben dieses Jahr auch hier mit. Da werden die Figuren bzw. diese Mauern produziert und handbemalt. Und was haben wir noch ein Ende? Das Häuschen und den Pavillon, der jetzt hier vorne nur auf H0 steht. Das kann man trotzdem vielleicht mal zeigen. Ja, wie gesagt, haben wir auch Fotos gemacht. Jetzt muss ich mal kurz spicken, den vergessenen Ort. Das war ja das letztjährige. Ja. Gut, die Bäumchen. Nee, dann haben wir es eigentlich auch schon wieder fast. Und was haben wir noch in N? Die Platten. Ach so, hier Verlegeplatte. Genau. Großformat Betonplatte. Großformat Betonplatten. Der Leuchtturm ist toll. Der ist super, oder? Ich will den Leuchtturm in N haben. In N haben? Ich will den Leuchtturm, Sebastian. Wenn den jemand in TT haben will, dann schicke ich ihn auch zu dir. Ja, bitte. Bitte. Das war ein Running Gag. Ein Running Gag. Das Gebäude, was wir hier vorne stehen haben, das kommt eben dann auch für die Spur N. Eben auch mit dem Pavillon, der da vorsteht. Damit kannst du ganz coole Sachen bauen. Das Schöne ist, die beiden Gebäude gibt es tatsächlich wirklich. Die stehen am Bodensee in Dregens. Genau, da habt ihr die Vorbildfotos auch auf der Website drauf. Ja, da haben die Vorbildfotos auch mit auf der Website drauf. Und klar, wir sind dann regelmäßig am Bodensee mal irgendwie privat unterwegs. Bier trinken, haben wir gesagt, machen wir doch gerade mal so ein schönes Restaurant. Das, was man gut kann. Restaurants machen und Bier trinken. Lass uns das machen, was wir können. Ja, sonst ein bisschen mauen, ne? Nein. Alles gut. Alles gut. Dieses Jahr tatsächlich weniger Neuheiten als in den Jahren zuvor. Das ist wirklich so. Weil wir einfach durch die ganzen Verschiebungen auch in den letzten zwei, drei Jahren mit den diversen Krisen, Lieferketten hin und her. Wie alle. Wie alle. Wir alle jetzt erstmal gucken müssen, dass unser Standardprogramm wieder sicher steht, was momentan auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Auch die Lieferbezögerungen und Probleme, die wir die letzten Monate hatten, sind wieder abgebaut. Also die Ware fließt wieder normal, weil Schiffe wieder fahren, Containerfrachten wieder einigermaßen erschwinglich sind. Deswegen haben wir aber hier ein bisschen Kapazität rausgenommen und haben gesagt, wir kümmern uns erstmal um die Sachen, die wir den Kunden so oder so schon versprochen haben und liefern. Und gehen dann eben mit einem kleineren Neuheitenprogramm hier an den Start. Aber das Jahr ist ja noch lang. Das kommt auch noch ein Herbst. Fehlen ja auch noch Neuheiten von letztem Jahr. Die Gleisbettung. Die Gleisbettung, ja, auch definitiv. Aber damit wird alles. Das ist ja in fähigen Händen. Habt ihr mal gesehen, was für riesige Hände der Hacker erlernt? Ja, damit baut er sowas. Mit diesen Händen baut er sowas. Also das hat auch wirklich der Sebastian selber gebaut. Das hat sich selber gebaut. Hat einen riesen Spaß gemacht, tatsächlich. Das ist echt zugegeben. Und das ist eigentlich immer wieder cool, wenn man sich selber auch mit den Produkten beschäftigt. Machst du ja auch. Du hast ja bei dem Geschäft auch eigene Georange stehen, die du selber gebaut hast. Von denen warst du ja ganz begeistert. Ja, mega. Die sind auch echt schön. Und ja, hier, das da. Das sind N. Oh, die Geländer. Die hab ich gar nicht gesehen. Die Geländer? Die sind ja putzig. Die sind cool. Die sind 3D-Trumscheide. Wollt ich kann sagen, das ist 3D-Junk-T. Das sind ja halt auch regelmäßig, dass du irgendwie Lasercut, manche Sachen kannst du besser drucken und das dann eben kombiniert gibt es. Und das ist halt ein richtig schönes Geländer, wenn das rund, also aus Karton, dann müsste es das irgendwie fallen, aber das wäre dann auch nichts. Für den DAO geeignet, dieser Bausatz. Definitiv. Der dümmste anzunehmende User. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Weil wir sind durch. Wir sind durch. Auf Wiedersehen, Herr Topp. Es war ganz toll hier. Wir sind jetzt wieder hier bei Lemke in unserem verschobenen Termin. Und jetzt ratet mal, ist keiner da. Jetzt schauen wir mal, ob wir es wieder vergessen haben. Und wir sind bei Lemke, das ist der Herr Alphes. Hallo, Herr Alphes. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen nach drei Jahren Pause wieder auf unserer wunderbaren Nürnberger Messe. So viel zum Marketing-Sprech. Wir habt ja einige Neuheiten. Das ist durchaus richtig. Wiederauflagen. Auch Wiederauflagen. Und die größte Nachfrage, die wir aktuell haben, ist Nohap. Wird es da eine Schnittstelle geben? Da wird es auch eine Schnittstelle geben. Es wird aber keine fertige Sound-Variante geben. Wir werden noch ein bisschen rumdoktern, was da möglich ist. Das ist verkraftbar, aber Schnittstelle. Yeah! Das sollte so sein. Also wir haben mit Cato gesprochen und hoffen, die vielleicht schon im nächsten Jahr oder vielleicht sogar Ende des Jahres ausliefern zu können. Da erfreut sich das Produkt einer hohen Nachfrage, weil wir hatten die ja schon mal vor, ich glaube, 10, 11, 12 Jahren rausgebracht. Genau. Und da haben wir den Nerv getroffen. Das ist deutlich zu merken an der Resonanz bis jetzt. Ihr habt ja auch schon Muster da. Da blenden wir euch ein paar Fotos dann ein, von dem Muster. Die Muster stehen in der Vitrine. Wir können auch zur Vitrine gehen. Dann können wir mal um die Ecke gehen. Ja, dann kommen wir nämlich genau drüber. Können wir auch unser kleines Messe-Sondermodell zeigen, was wir natürlich hier hochamtlich überreichen. Oh, danke schön, danke schön. Nicht nur Einschnitte gemacht worden. Wo haben wir da den? Da haben wir die Noirs. Wo haben wir da? Ja, da ist es ja. Ja, aber wir brauchen das ja gar nicht präsentieren, dieses Supermesse-Sondermodell, weil das gehört ja nur mir. Das gibt es ja gar nicht zu kaufen. Naja, aber vielleicht gesamt besonders gute Händler von euch. Die können vielleicht, wenn sie eine große Bestellung machen, so ein Stück gratis mitbekommen. Ah! Dann schauen wir mal, vielleicht kriegen wir da. Also ein Jans-Fahr werden wir vielleicht noch haben. Ja, die beiden Neuerhabensvarianten, die beiden populärsten, die sehen wir hier in der Vitrine. Dann besonders hervorzuheben ist natürlich unsere E60. Die V36 werden wir auch in der Variante der DB, die kürzere Form, die wir noch gar nicht gemacht haben, neu, weil wir auch als Form neuer rausbringen. Dann haben wir hier noch. Dann an weiteren Neuheiten, nicht in der Vitrine, aber zum 100-jährigen Jubiläum der ÖBB machen wir, glaube ich, jetzt den fünften oder sechsten, wenn nicht sogar den siebten ÖBB Railjet. In einer Auflage komplett, also mit einem Zuglock drin. Und da erfreuten wir uns auch schon eine sehr, sehr hohe Nachfrage. Ein Modell, was uns immer wieder aufs Neue überrascht, weil offensichtlich kann der Bedarf gar nicht wirklich erfüllt werden. Das ist immer wieder neue Nachfrage. Ist doch wunderschön. Und wenn wir die Möglichkeiten haben, werden wir dem natürlich gerne errecht. Und in einer wunderschönen Geschenkverpackung kommen, da habe ich gelesen. Selbstverständlich. Da bin ich ja schon gespannt, wem ich das schenken darf. Ja. Wenn das schon eine Geschenkverpackung ist. Genau, Neuheiten. Sonst haben wir natürlich wieder Farbvarianten hier. Vectron, eine, glaube ich, dieses Mal nur. Schlatron, Vectron und Dual-Mode werden wir wieder eingebringen, die aber auch bei uns im Prospekt zu erkennen. Ach so, ja. Hier, jetzt muss man mal kurz auf Benno gehen. Dieser Mann hier, meine Aushilfe, der geifert schon seit Jahren, wann denn der Railjet endlich kommt. Habt ihr da ein Datum für uns? Der Railjet? Die Anhänger. Die Anhänger. Naja, das ist ja nicht so, dass man da jetzt tatsächlich seit vielen, vielen Jahren wartet. Nein, er hat immer darauf gewartet auf diese Auflagen. Die Anhänger werden uns in Kürze, ich denke im Sommer spätestens, erreichen. Ja, Benno. Also mit einer entsprechenden Zeitdifferenz zu den dann ganz neuen 100 Jahre Variante eben in dieser Geschenkverpackung, gerade schon erwähnt mit der Lok. Aber die werden nicht mehr allzu lange auf sich warten. Hast du die 100 Jahre kommen zuerst? Nein, nein, nein. Ne, ach so, die kommen danach, okay. So, K2, K3, Güterwagen sind auch im Neuheitenprospekt drin. Aber die sind ja auch schon ausgeliefert im Januar. Auch die bis jetzt vorher noch nicht veröffentlichten Varianten sind alle im Handel und erfreut sich auf großer Beliebtheit. Natürlich, das muss man ja auch immer kaufen, 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 bevor sie weg sind, ne? Von unserem Stadler KISS sehe ich gerade. Oh! Zugegeben ein Projekt, woran wir sehr viel zu arbeiten hatten. Ja, das habt ihr auch erst gestern angekündigt. Manchmal waren es nicht aufwendig, aber wir sind da mit Akribie dran und können mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Jahr 2023 auch das Jahr der Auslieferung wird. Wir sehen ja hier die erste Form. Manchmal dauern Projekte einfach länger, als wir uns das wünschen. Da gibt es verschiedene Faktoren, die momentan auch mit der Weltwirtschaft zu tun haben. Aber wir geben unser Bestes. Wir wären die Letzten, die sich nicht freuen würden, wenn es da eine höhere Verlässlichkeit geben würde mit Produktionsterminen. Aber wie gesagt, da steckt auch immer viel Arbeit im Detail. Und manchmal greift da immer nicht ein Rädchen ins andere. Aber wenn die Rädchen auf dem Modell dann nachher ins andere greifen und das funktioniert, dann sind ja alle glücklich gedient. Hier haben wir noch die Zugstuhl. Ach, das ist falsche Spurweite. Aber da haben wir ja auch noch eine angekündigt, die sicherlich auch irgendwann die Endspurgleise beglücken werden. Genau. Jetzt nur Handel. Das ist die größere Variante, die uns ja hier nicht ganz so interessiert, wenn man in München sitzt. Nein. Nein. Was haben wir denn noch? Da sind die angesprochenen K2-Hipfel. Da gibt es ja ausführliche schöne Produktbilder auf unserer Website. Ja, dann gibt es noch eine RE44, aber eine ganz neue Formneuheit, die wir noch gar nicht gebracht haben. Da gibt es natürlich noch keine Muster hier in der Vitrine zu sehen. Aber auch sonst denke ich, dass wir dieses Jahr, so ist zumindest die Resonanz der ersten zwei, drei Tage hier in Nürnberg, doch das ein oder andere Produkt haben. Bitte, ich gebe nochmal eben weiter. Ich sehe die AE44 hier, also die ist ja auch schon, also das liegt natürlich dann an Cato, aber wann kommen sie dann? Und da gibt es ja noch die AE88, weil da habe ich auch viele Nachfragen. Da sind wir aller guten Dinge, dass das alles dieses Jahr noch den deutschen Markt erreichen wird. Ja, also wir sind aktuell noch in Gesprächen und in Verhandlungen mit Cato über deren Kapazitäten, wann wir was kriegen. Aber da sind wir sehr zuversichtlich, dass da dieses Jahr auch viel von den zum Teil länger angekündigten Projekten, nicht nur die Messevitrinen, sondern auch die Regale der Händler gefüllt werden. Und um diese dann schnell wieder zu verlassen. Natürlich, ja. Zu euch. Und eine letzte Frage, das hat jetzt nichts mit den Neuheiten zu tun. Warum habt ihr bei den Minis keine Euro-Lochung? Keine was? Das hier ist ein Euro-Loch, aber das ist zu klein. Das passt auf nicht die normalen Euro-Loch. Das hängt damit zusammen, dass wir mal einen Ständer für Mini-Modelle gemacht haben. Und da hat schlichtweg die Agentur, mit der wir das damals gemacht haben, diese Größe gemacht. Danach haben wir die Verpackung gerichtet. Das wird sicherlich irgendwann mal nachzurüsten sein. Das hat mich nur im Laden, weil die muss man immer so extrem draufdrücken und die Kunden kriegt sie nicht runter. Okay, neue Variante, das ist extra so gemacht, dass die möglichst fest in den... Ah, Diebstahlschutz. Damit es gleichzeitig als Diebstahlschutz geht, weil die Minis werden doch immer wieder häufig geklaut. Weil sie so niedlich sind. Weil sie so schön und so niedlich sind. Ganz genau. Ja, schön. Sonst noch letzte Worte? UIC-Wagen haben wir ja auch noch angekündigt. Die da? Achso, nee. Das ist ja eine Wiederauflage, die kommen wird auch im Frühjahr. Ach stimmt. Da haben wir ja auch schon zig Varianten gemacht. Die, 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 Turopa und sowas? Gibt es dann einen Status? Turopa, Scharnow und diese Wagen? Ja. Ja. Nein. Okay. Also es gibt keinen Status, der jetzt repräsentativ wäre, dass ich jetzt sagen würde, steht im April oder im letzten Quartal an. Auch ein Projekt, was wir mit großer Energie verfolgen, aber es gestaltet sich sehr schwierig. Aber auch da hoffen wir, dass wir vielleicht im Laufe des Jahres zumindest bekannt geben können, wann uns diese Modelle erreichen. Weil unser Ziel ist schon, nach sehr viel Güterwagen jetzt auch den Fokus auf verschiedene Personenwagen zu setzen, weil es ja auch sehr, sehr viele Personenwagen aus sehr alten Generationen sind, von vielen Mitbewerbern. Und die würden sich sicherlich gut eignen, auch nochmal als Neukonstruktion zu machen. Dazu gehören die Scharnow ja eben auch. Was wir ja noch ganz vergessen haben, ist unseren Big Boy, die größte Dampflokomotive der Welt. Da wusste ich jetzt nicht, ob wir darüber sprechen wollen. Da weiß ich natürlich nicht, ob Sie darüber sprechen wollen, aber ich habe schon mal darüber gesprochen. Wo wir die finden, drüben bei unserem Partner Kato. Da gehen wir nachher auch nochmal ausführlich hin. Aber wir können jetzt natürlich auch nochmal kurz rüber gehen, wenn das gewünscht ist. Aber... Ich würde folgen, der Weg ist ja nicht so weit. Durchaus sichtbar. Dann schreiten Sie voran. Hier zu linken unser geschätzter Partner, die Firma noch, vis-a-vis mit uns. Und wir auf diese kleine Gehässigkeit jetzt näher eingehen, oder? Das ist keine Gehässigkeit. Also nicht Gehässigkeit. Und das Schmunzeln. Das Schmunzeln näher eingehen, oder lassen wir das im Raum stehen? Nein, überhaupt nicht. Ich muss mal anrufen, auf Gäste zu sagen. Mein Freund Sebastian Top da drüben sehe. Nein, ganz im Ernst, die Firma Kato wird ja von uns beiden seit Jahren in Deutschland vertrieben. Und deswegen werden wir uns auch den Vertrieb des Big Boys teilen, sodass der flächendeckend in Deutschland... Ich meine, es ist die größte Dampflok der Welt mit zwei Glockenankermotoren, die auch in diesem Jahr auf jeden Fall erscheinen werden. Ja, dass die auch tatsächlich überall in Deutschland bei allen gängigen Händlern zu bekommen sind. Natürlich auch... Ja, wir haben schon vorbestellt. Ja, das muss ich ja nicht... Zahlreich sogar. Zahlreich, ja, ja. Tonnenweise. So, vorhin ist er da hinten gefahren. Wo haben wir denn den Big Boy aktuell fahren? Where is the Big Boy? On which track we can see. Ach so, der fährt gar nicht? Da ist er wieder. Ne, der fährt noch nicht. Aber gestern ist er schon gefahren. Also das ist schon ein imposantes Modell. Es gab ihn ja mal vor gut 30 Jahren von der damaligen Firma Minitrain über Limano de Rossi. Aber tatsächlich noch unter dem Label Minitrain von Lima in N. Da gab es die Challenger und den Big Boy. Und ich meine, die größte Dampflok der Welt verdient auch nochmal eine Neukonstruktion. Aus über 500 Teilen bestehen. Wie eben schon erwähnt, zwei Glockenankermotoren. Und da freuen wir uns schon ganz wahnsinnig. Man sieht ja hier schon die Detailtreue. Und es ist natürlich als großer Carto-Fan ganz toll, dass Carto sowas macht. Also nichts, ja, nicht falsch verstehen. Nicht irgendeiner. Nicht irgendeiner. Nicht so ein Wald und Wiesen. Nicht Minisix oder so ein Scheiß. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber ich... Zurückspulen. Das ist ja kein Geheimnis. Also wer ein YouTube-Video von mir gesehen hat, weiß ja, was los ist. Ja, was darf ich denn noch... Ich glaube, dann haben wir jetzt alles, weil hier sind wir dann später sowieso noch. Ja. Und dann sage ich Dankeschön. Sollen wir uns genauso verabschieden wie Sebastian? Ja, mir hat das ganz gut gefallen. Dieses... Ja, auf Wiedersehen. Grüße. Das war wirklich nett mit Ihnen. Ja, das war ganz toll. Ich habe mich ja nicht so gelangweilt. Ich hoffe, Sie auch nicht. Ja, schon ein bisschen. So ein bisschen, aber das geht schon. Also man hat ja den langen Tag der Messe schon hinter sich. Da wird man ein bisschen müde. Morgen wird ja ganz spannend. Da kommen die ganzen Endverbraucher noch auf die Messe. Also wenn ihr immer behauptet, die Modelleisenbahn ist sehr teuer. Ich habe mir gerade eine Flasche Apfelschorle für... Wie viel war es, Kerstin? 4,35 Euro? Pro Flasche. Plus Pfand. Pro Flasche. Äh, ja, Leute. Was soll ich sagen? Ich traue mich gar nicht, es zu trinken. Aber immerhin ist die Grün. Hallo, ihr Lieben. So, wir sind am Ende eines sehr spannenden Tages angelangt. Und wir haben jetzt wirklich große Ehre. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Herr Kato himself kurz ein Grußwort an uns richten würde. Beziehungsweise an euch. Weil ihr wisst ja alle, ich bin ein riesengroßer Kato-Fan. So, this is your channel to the German customers right now. Hallo, guten Tag. So, ihr seid hier in Nuremberg. Ihr presentiert ein paar von deinen neuen Velletys. Und ihr habt immer eine besondere Beziehung für die Rätische Bahn. Rätische Bahn. Und ihr habt ja auch einen Rätische Bahn. Und das ist ein meiner Lieblings-Fan. Und natürlich, ich liebe Deutschland. Aber ja, Schwester ist ein meiner Lieblings-Fan. Und der Rätische Bahn ist so interessant, so faszinierend. Und ich liebe Rätische Bahn. Und es ist sehr glücklich für uns mit dem Modell. Und insbesondere der Gauge. Der Gauge ist eine Narrow-Gauge. Narrow-Standard-Gauge. Es ist ähnlich wie die Japaner Version. So, wir haben entschieden, dass wir eine 150-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan. Und wir müssen das ganze Rätische Bahn-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan. Und es funktioniert sehr gut. Und der Erfolg macht es auch eine Ehre. Ich denke, es war eine sehr schlechte Englische Stimme. Aber wir haben die Untertitel. Also, haben Sie noch mehr Pläne für den deutschen Markt? Der deutschen Markt? Der deutschen Markt? Der deutschen Markt. Und wie haben Sie hier so großartig in Deutschland? Recently, wir immer noch die ICE-4. Das ist ein sehr wichtiges Modell. Und wir wollen, dass wir dabei helfen, die Bilder zu geben. Und in Japan, die Erfahrung, so viele Leute haben eine gute Erfahrung, wenn sie auf die Modell Railroad kommen. Ja. Ja. Wir wollen, dass wir dabei helfen, die Leute lieben die Modell. Und sie lieben die Prototypen. Wenn Sie dabei helfen, dann haben Sie viel Arbeit zu machen. Ja. Also, in der Geschichte der Modell Railroad in Deutschland, da sind viele Arme schon viele Unternehmen. Und sie haben bereits viele Produkte gemacht. Und für uns, etwas... Nicht auf dem Mikrofon, sorry. Ja. Für uns, wir müssen etwas Neues machen. Ja. 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 Ich wollte noch etwas anderes sagen. Ich wollte noch etwas anderes sagen. Das könnte mehr Produkt spezifisch sein. Du hast so viele alten Modellen von deutschen Railroaden. Especially für die ET25. Oder für die Fliegende Hamburger. Is there a chance of a rerun? Sure. If the market wants, yes, we'd love to make again. Okay. That's great. Especially the VT18. The people are hungry for it. Right. Great. Thank you so much. It was a big honor, a big pleasure. We hope you enjoy it. I really enjoy it. Thank you very much. Alright. Und zum grönenden Abschluss, nach diesem wunderbaren Gespräch, sind wir noch mit Ryo Sasaki hier. Und wir sprechen über die Neuheiten, die rauskommen. Wundert euch nicht. Ihr werdet ihn schlecht hören, weil der Dolmetscher nämlich im Hintergrund steht, damit wir das Ganze auch auf Deutsch haben. Und von dem wird der Ton abgenommen. Also ihr werdet Ryo nur ganz leise hören. Wir fangen an. Ihr bringt ja dieses Jahr den Big Boy raus. Big Boy. Den Big Boy. Da warten ja schon jetzt ganz viele Leute. Die Ankündigung war ja der absolute Hammer. Und was ganz toll ist, hier fährt er ja auch schon. Wann? Wann? Big Boy ist jetzt im Jahr 5月 und er hat sehr viele Fragen. 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 Also er hat 5, 6, 7. Er hat in der Nacht und er hat das ganze Zeit. Er hat sehr viele Fragen. Die reale Verfügbarkeit wird ab Mai diesen Jahres stattfinden. Allerdings. Die Bestellzahl ist so hoch. Wir produzieren nach und nach. Die reale Verfügbarkeit wird ab Mai, Juni, Juli realistisch sein. Cool. Wir haben in den ersten Minuten bestellt. Vielleicht zwingen wir dann auch eine von den ersten ab. Dann habt ihr, was ich gerade auf dem Messestand gesehen habe. neue Trumbahnen. Das sind nur Handmuster. Aber ich bin jetzt schon ganz begeistert, weil wir hier auch das neue Fahrwerk drin haben. Aber jetzt hat es, wie ja Rio schon gesagt, die werden sich nochmal unterscheiden in der Serie von diesen Mustern. Und jetzt habe ich in die Wohnung mit dem Robben fahren. So was die Bedürfnis von BKW-FYG noch spiel wurden? Das ist nun zum Beispiel gewesen, glaube ich. Wir haben das Bild auf dem Robben und den S&Plan angege ge kennt. Das habe ich verstanden. Vorstellungen abgestimmt, insgesamt wird es vier verschiedene Farben davon geben und kleine Änderungen, dass es dann pro Traum dann zwei Waggons sind. Das ist ein zweiteiliges Set, so wie wir das von früher kennen, allerdings halt mit neuem Farbwerk. Und dann noch oben ein kleines Schild hier noch drangebaut wird, diese kleinen Änderungen sind noch vorgesehen. Und da sehen wir, kommt jetzt auch noch eins reingeflogen hier natürlich, die muss ich nach vorne holen. Die ist, das ist natürlich die allerschönste in grün. Da könnte man auch superspur-endteile.de draufdrucken. Sprintspur-endteile.de. Ja, das machen wir so, das machen wir so. Habt ihr japanische Neuheiten, weil wir führen ja auch ganz viel von euren japanischen Produkten, was demnächst kommt. Das ist ja schon lieferbar. Der ist ja schon lieferbar. Ja. Den haben wir ja schon. Ne, was richtig Neues. Neu. Neu, 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 neu. Ja. 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 ist immer wieder eine freude und ihr seid ihr am montag auch bei mir im laden ich weiß jetzt nicht ob ihr das video noch rechtzeitig dann anschaut aber da könnt ihr auch tatsächlich vorbeikommen und könnt eine frage stellen oder ihr stellt die frage einfach vorab und dann machen wir das halt im nachgang und die frage zu dem vt 18 die haben wir schon so oft beantwortet jein ist die antwort vielen lieben dank vielen dank und tschüss von der spielwarenmesse nürnberg ich will jetzt ein bier